Es ist doof, dass die Rolle in fünf Minuten trocken ist. Oh, ihr seid ja auch schon da. Ja, Freunde, euer Lieblings-Staubsauger-Vertreter ist da. Und diesmal geht es wieder um Tineco. Haben wir vor einigen Jahren ja mal vorgestellt. Vor ein, zwei Wochen, glaube ich, auch nochmal mit einem etwas anderen Modell. Jetzt geht es um den Floor One Stretch S6. Das ist ein Nasssauger, der eine sehr schöne, spezielle Funktion hat. Und zwar er reinigt den kompletten Zyklus durch. Das bedeutet, in dem Fuß hier ist ein Wassertank. Das ist schon mal eine kleine Besonderheit. Das sorgt auch dafür, dass quasi beim Saugen und Reinigen schon gewisser Anpressdruck da ist. Der reinigt quasi dann mit Frischwasser die Rolle, die vorwärts und rückwärts gedreht werden kann. Wird dabei erwärmt auf 70 Grad. Und der ganze Kreislauf, der ganze Zyklus hier rein in den Schmutzwasserbehälter mit separierten Schmutz-Auffangbehälter wird komplett durchgereinigt, durchgespült. Und auch mit Luft, also von dem Sauger letztendlich dann durchgetrocknet. Und im Anschluss, nachdem das passiert ist, wird die Rolle vorne auch nochmal mit 70 Grad warmer Luft in, weiß nicht, ich glaube, 5 Minuten trockengelegt. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut und ich fand das schon sehr überzeugend. Ja, in diesem Sinne dann auch herzlich willkommen bei Nerd 7 Tech. Ich bin's Ronny, ich hab's schon gesagt, euer Lieblingsstaubsaugerverkäufer. Das ist das Gerät, wie ihr das dann quasi aufgestellt und aufgebaut habt. Der Aufbau ist natürlich sehr einfach. Man muss ja quasi nur das Griffstück hier oben reinstecken und auf der Basis eine Platte draufsetzen. Die ist übrigens auch noch warm. Damit wird dann quasi der ganze Kreislauf so geschlossen. Wir haben so Gummilippen und so weiter und da drin dreht sich das Ganze. Und hier vorne kommt dann auch, man sieht es auch hier an diesen Öffnungen, noch warme Luft raus zum Trocknen. Und das ist dann quasi auch die Ladestation. Das Gerät selber wird dann hier einfach reingesetzt, hat seine Steckdosen-Konnektivität da und wird direkt aufgeladen. Anhand des Displays hier oben kann ich dann sehen, okay, ich bin mit dem WLAN verbunden. Es gibt auch eine App tatsächlich. Ich sehe 85 Prozent vom Akku. Und wenn ich jetzt den Knopf drücke, würde die Selbstreinigung einmal starten. Die dauert ungefähr zwei Minuten. Und wie gesagt, warmes Wasser wird dafür benutzt und um die Rolle vorne zu trocknen, ebenfalls warme Luft. Und das funktioniert wirklich gut. Da bräuchten wir tatsächlich die zweite Rolle, die mit beiliegt, gar nicht. Und die Reinigungsbürste höchstwahrscheinlich auch eher selten, weil der ganze Kreislauf wirklich sich selber da reinigt. Zusätzlich könnt ihr aber nochmal eine Reinigungslösung mit reinpacken. Eine Kappe einfach vorne mit ins Wasser reinpacken, falls wenn ihr hart mit irgendwelchen Schmutz habt. Einen HEPA-Filter gibt es auch separat nochmal. Und ihr seht es, auch eine Anleitung, auf die brauche ich glaube ich nicht eingehen. Beim Einrichten wird euch auffallen, okay, der spricht nur Englisch mit mir. Dafür müsst ihr die App installieren und dort auf Deutsch umstellen. Man kann zeitgleich auch ein Animationspaket mit runterladen. Ansonsten kann ich in der App nicht allzu viel einstellen, außer ich nutze Frischwasser oder das Wasser versetzt mit der Reinigungslösung. Ich kann sehen, wann ich gesaugt habe, wie viel ich gesaugt habe. Das guckt man sich wahrscheinlich ein, zwei Mal an und dann vergisst man die App auch. Ja, was die Verarbeitung angeht, es ist von Tineco. Tineco kennt ihr, Tineco ist ein Premiumhersteller. Das bedeutet in dem Fall, dass der Basispreis hier, die unverbindliche Preisempfehlung bei 599 Euro liegt. Ohne Angebote. In der Zukunft wird der Preis mit Sicherheit nochmal ein bisschen sinken. Gerade jetzt vielleicht im anstehenden Black Friday, in der Cyber Week, wie auch immer, habt ihr da vielleicht ein bisschen Glück. Da habe ich jetzt aber keine näheren Informationen. Wir haben einen Anknopf hier vorne. Wir haben hier vorne einen Moduswahl. Das heißt Standard, maximale Saugleistung bzw. Suction. Das bedeutet, er kann Flüssigkeiten aufsaugen. Dabei wird die Rolle aber trotzdem leicht benetzt. Das ist ein Gerät für Hartböden, aber nicht für den Teppich. Weil es kommt immer Feuchtigkeit auf die Rolle und auf dem Teppich will ich das nicht unbedingt haben. Beziehungsweise wir haben ja quasi nur diese Hartbodenrolle und damit komme ich im Teppich so oder so nicht voran. Also das ist wirklich nur für Haushalte, wo ihr viel Hartböden habt. Ob es jetzt Fliesen sind, ob es Parkett oder Laminat ist. Da könnt ihr dann drauf reinigen und wischen. Hier oben drauf ist halt der Selbstreinigungsschnopf. In der Basis, wie gesagt, kommt dann die Selbstreinigung. Auf der Rückseite sieht man zum Beispiel einmal die Sprachausgabe. Die kann ich auch deaktivieren. Wenn ich den Knopf lang halte, komme ich in die WLAN-Kopplung. Und damit kann ich das dann auch einmal mit der App koppeln. Für den Test habe ich jetzt einfach mal krumme Karotte trifft, orangen Kürbis genommen. Das zeigt ja auch eben die Verfärbung. Dafür kann natürlich der Sauger nichts. Aber mit dem Reinigen wird die ja dann auch nach und nach auch wieder ein bisschen sauberer. Wie gesagt, alternativ habt ihr ja eine zweite Rolle mit bei. Dann könnt ihr da ja nochmal durchtauschen. Wenn man den Sauger anhebt, sieht man auch, dass wir hier eine relativ gute Reinigung für die Kanten haben. Es bleibt immer noch so 5, 6, 7 mm pro Seite stehen. Das heißt, ganz an die Wand kommen wir nicht. So eine einseitig geführte Rolle kenne ich bis jetzt auch noch nicht. Gibt es vielleicht auch von anderen Herstellern. Aber hier kommen wir schon mal sehr nahe ran. Was wir ebenfalls sehen, ist quasi diese Rollen. Dahinter kann natürlich, wenn wir in diese Richtung saugen, manchmal auch ein bisschen Schmutz und Dreck mit dran kleben bleiben. Gerade für besagte Suppe, die ich dann damit aufgenommen habe. Da ist es aufgefallen. Also ganz große Sachen, grobe Sachen kommen jetzt hier auch. Man merkt es, das ganze Konstrukt ist relativ eng gehalten. Also es geht hier wirklich um Flüssigkeitaufnahme und jetzt nicht große Überreste. Wenn ihr eine halbe Möhre rumliegen habt oder so, die kriegt ihr damit natürlich nicht weg. Ja, ihr nehmt den raus. Ihr macht den an. Ihr kippt den quasi an. Er springt an. Dann merkt ihr schon, dass diese Antriebsrolle und Räder euch sehr leicht über den Boden führen. Wenn ihr den ausmacht, merkt ihr sofort, okay, der rollt gar nicht mehr so leicht. Und was mir auch gut gefällt, ich kann den ankippen und kann den dann quasi auf der hohen Kante sozusagen durch die Wohnung fahren. Und muss den dann jetzt nicht mit der vielleicht schmutzigen Rolle über den Boden fahren. Was die Saugleistung angeht, die ist nicht weiter angegeben von Cineco. Aber diese besagte Suppe auch mit großen Kürbisstücken und ein paar Möhrenstücken, die habe ich relativ gut aufnehmen können. Ganz große Stücke sind jetzt über die Walze nicht sofort mit aufgenommen worden. Das heißt, wenn jetzt hier so irgendwie Flüssigkeiten aufnehmen, wo noch so ein paar Erbsen mit drin sind oder irgendwas, was vielleicht weich ist, was kaputt gedruckt werden kann, was dann in den Kreislauf aufgenommen wird, das funktioniert. Sind es aber große, feste Gegenstände, irgendwie Cornflakes, die noch nicht die Milch gesehen haben. Und dann kann es sein, dass der hier das gar nicht aufnehmen kann. Aber dafür ist auch nicht ausgelegt, sondern es geht ja hier wirklich reinrassig sozusagen um die Nasswischfunktion und Aufnehmen von Flüssigkeiten. Und dann im Prinzip im Anschließend das Reinigen. Beim Reinigen habe ich tatsächlich gar keine Probleme gehabt. Die Randreinigung ist gut, weil ich komme relativ nah an den Rand ran. Es bleibt nur so ein kleines Stück stehen. Die Suppe habe ich wirklich gut aufnehmen können. Das sieht man auch in den Aufnahmen. Einzelmal drauf und vor und zurück und dann ist es weg. Habt ihr eingetrocknete Flecken, bleibt es dabei, dass man bei Kaffee meinetwegen einmal oder zweimal rüber muss. Habt ihr eingetrockneten Ketchup, warum man auch immer sowas in der Wohnung liegen haben sollte, dann sind es halt, weiß ich nicht, acht, neunmal, die ihr drüber fahren müsst. Das Gleiche gilt für, wenn ihr klebrige Sachen auf dem Boden verkippt habt, die ihr dann vielleicht einfach erstmal aufnehmt. Kann es aber sein, dass das klebrige trotzdem noch ein bisschen auf dem Boden ist. Da müsst ihr natürlich auch vier, fünf, sechs Mal oder ein bisschen mehrfach über den Boden rüber gehen. Aber das Reinigungsergebnis selber ist sehr gut gewesen. Ich habe das hier mit einem Sirup probiert. Den hat die Rolle und die Bürste sofort aufgenommen. Dann habe ich aber festgestellt, ich bin ja nur zwei, drei Mal rübergegangen, dass dann natürlich der Boden noch ein bisschen geklebt hat. Ja, dann bin ich halt einfach noch ein weiteres Mal rübergegangen mit drei, vier Mal über die gleichen Stellen, wo das halt empfindlich war, wo es halt noch ein bisschen geklebt hat. Und dann habe ich auch das Kleben wieder wegbekommen. Gerade bei uns hier im Büro, dann haben wir das alles in Füße. Und wenn ihr das die ganze Zeit so macht, ist ja auch blöd. Haben wir wegbekommen. Also heißt, wer groben Schmutz da hat oder der eingetrocknet ist, kriegt den mit dem Gerät ja auch weg. Also ohne Probleme. Und ja, wie gesagt, danach stellt ihr den einfach rein. Mit einem Restakku-Stand von 25 Prozent sollt ihr diese Reinigung durchführen. Es wird euch auch gesagt über die deutsche Sprachausgabe, vorher den Schmutzbehälter entleeren. Muss man sowieso regelmäßig machen. Einerseits ist die Kapazität ungefähr in diesem Bereich. Das heißt, zur Hälfte bin ich schon gefüllt. Bei der Selbstreinigung heißt es ja auch, dass hier 40 Prozent oder mehr Wasser im Fuß drin sein müssen für die Selbstreinigung. Da kommt dann halt einfach in den Behälter nochmal so eine Menge Wasser mit hin. Da verbrauchen wir schon ein bisschen was. Aber wie gesagt, der ganze Kreislauf wird gereinigt. Vorher entleeren, dafür sorgen, dass genügend Wasser drin ist und einen Akkustand von über 25 Prozent haben. Denn während des Reinigens, Selbstreinigens und Trocknens verbraucht der Nasssauger auch in der Station tatsächlich so um die 10 Prozent Akku. Wenn die Akkukapazität nicht ausreicht, meldet der sich und sagt, ja, pass auf. Dann, wenn die Akkukapazität erreicht ist, springe ich erst an und führe meinetwegen das Trocknen durch. Also dann dürft ihr euch manchmal nicht wundern, wenn ihr jetzt einmal die Akkukapazität runtergesaubert habt von 22 bis so rund 40 Minuten, je nachdem, was für Modus drin ist, dass der dann sagt, okay, ich kann das jetzt nicht machen, sondern ich mache das später. Und irgendwann springt das Gerät an. Also wer erschreckhaft ist, darf sich da dann nicht wundern. Aber das, was dann passiert, ist genau das, dass halt im Prinzip alles komplett durchgereinigt wird, sauber ist und auch, wie gesagt, die verfärbte Rolle in unserem Fall nach und nach wieder sauber gemacht wurde. Jetzt mal alles ab. Und das Endergebnis kann ich so weit sehen lassen, wenn ich die Bürste abmache, dass hier unten an diesen Gummikanten und hier oben an dieser Kante so gut wie kein Schmutz ist. Und bei anderen Modellen, anderen Herstellern, habe ich hier immer irgendwie Dreck, Schmutz und Staub. Hier im Eingang mag jetzt vielleicht noch ein bisschen was sein. Dafür liegt ja auch die Reinungsbürste da, dass ich das im Notfall auch nochmal sauber machen kann. Aber grundsätzlich das, was die Spülung der Walze, die dann sich vorwärts und rückwärts dreht und sich selber ausschleuert, dann reinigt, ist wirklich sehr gut. Und ihr seht schon, das Ganze ist auch schnell erledigt, nämlich dass ich das hier einfach wieder zusammensetze und fertig ist. Es ist definitiv kein ganz günstiges Produkt. Wie gesagt, ich rede hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung. Preisempfehlung in einem Jahr oder einem halben Jahr oder in zwei, drei Monaten sieht es natürlich schon wieder anders aus. Das, was der Floor One Stretch S6 machen soll, ist wischen, saugen oder beim Wischen saugen. Es ist aber kein klassischer Akkusauger, der halt für den normalen Haus anfallenden Dreck, wie vorne auf dem Fußabträte oder so daherkommt, könnte man damit auch machen. Aber es geht hier wirklich um die Aufnahme von Flüssigkeiten, von Dreck, von Verschmutzung, von Verklebung, von Überresten, die die Katzen vielleicht dagelassen haben, weil sie ab und zu mal ihren Speichel verlieren. Denn auch das trocknet ja ein und das kriege ich mit so einem Gerät weg. Nebenbei nimmt er natürlich trotzdem Staub auf, aber die Prämisse ist halt wirklich nass wischen und dabei so viel Dreck wie möglich aufnehmen. Normal einfachen Staub. Das Schöne ist, dass hier wirklich in dem Schmutzbehälter oben drauf der feste Schmutz ist und die Flüssigkeit unten drin ist. Das heißt, ich habe nicht so eine Mischsuppe. Ich kann beides separat trennen und reinigen. Er saugt vernünftig, er saugt gut die Flüssigkeiten auf. Wie gesagt, für den Teppich ist er nicht geeignet und an der Randreinigung haben wir halt einfach so einen kleinen Spalt, den wir nicht ganz erreichen. Bautypisch bedingt ist es halt so. Was mir wirklich gut gefällt, ist die komplette Reinigung des ganzen Zykluses. Ich muss mich da eigentlich dann nicht mehr drum kümmern, nur im Vorfeld möglichst schon mal einmal das schmutzige Wasser entfernen. Und ich muss so oder so nach dem Wischen und Reinigen den Behälter entfernen und reinigen und entleeren, weil wenn ich das stehen lasse und irgendwie Nahrungsmittel drin hatte, fängt das an zu stocken, fängt an zu schimmeln. Und da muss man auch drauf achten. Das ist halt so eine gewisse Nachbereitung hat man trotzdem, aber währenddessen nimmt man halt einfach viel Dreck mit auf. Ja, und danach wird das Ding halt einfach, wie gesagt, durchgespült mit dem heißen Wasser und trocken geföhnt quasi in wenigen Minuten. Andere brauchen eine halbe Stunde dafür. Hier bist du mit fünf Minuten durch. Ob man das jetzt in so einer kurzen Zeit und so einem Intervall braucht, ist mal dahingestellt. Wenn der Akku nach seinen 22 bis 40 Minuten Laufzeit dann alle ist, braucht er nämlich vier bis fünf Stunden. Das heißt, wer viel Quadratmeter hat und mit 40 Minuten Reinigung nicht hinkommt, müsste dann halt eine Pause einlegen und warten, bis der Akku wieder voll ist. Das ist halt immer noch so ein Ding für sich, aber so hält man den Lebenszyklus des Akkus ja auch über mehrere Jahre gut und auf einem hohen Level, weil je schneller was geladen werden kann, desto schneller kann so ein Akku natürlich auch kaputt gehen. Und da will der Tegen Neko natürlich sicher gehen, dass das auch langlebig ist. Ja, wie gesagt, es gibt eine App, in der ihr nicht allzu viel einstellen könnt. Ihr seht, wie der Reinigungsverlauf war, also nicht den Raum und die Position, aber die Zeit. Und ihr könnt die Sprache einstellen, plus die Lautstärke der Sprachausgabe. Ich habe jetzt auf Mittel gemacht, von leise, mittel zu hoch und auf sehr hoch. Sehr hoch ist sehr laut und sehr blechern und das überschallt sogar Kindergeschrei. Das ist so, wofür man die App braucht. Schade, dass man da nicht direkt irgendwie hier über ein Menü oder irgendwas auf Deutsch umstellen kann. Aber das ist nur so ein kleines Hindernis, sollte halt kein Problem darstellen. Das soll es von meiner Seite auch gewesen sein. Es ist, wie gesagt, mal ein etwas anderer Nasssauger. So hatten wir den noch nicht in der Form da. Finde ich sehr spannend, dass es doch immer noch schon Unterschiede in der Technik gibt. Und jetzt man sich um das gesamte Reinigen des Zyklus halt einfach nicht mehr kümmern muss. Ein bisschen Wasser nachkippen, vielleicht am wozu mal, aber das ist ausreichend. Das soll es gewesen sein von meiner Seite aus. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal.